Rente mit 63. Wer früher in Rente gehen will, sollte die Vorteile und Nachteile kennen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Die Altersrente mit 63 erfreut sich ununterbrochener Beliebtheit. Ob als Altersrente für langjährig Versicherte, als Altersrente für schwerbehinderte Menschen oder aber auch als Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Keine Angst, wir verwenden als Sammelbegriff Rente mit 63 genau die drei genannten Altersrentenarten. Nicht, dass sich da jemand wieder unnötig aufregt, weil es ja eine Rente mit 63 gesetzlich gar nicht gibt. In diesem Video geht es mir gar nicht so sehr um die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen Sie die Rente mit oder ab 63 in Anspruch nehmen können. Sondern ich will Ihnen hier einfach mal ein paar Vorteile und ein paar Nachteile für einen früheren Rentenbeginn vor Augen halten. Damit Sie später einmal bei wichtigen Entscheidungen diese Vorteile und Nachteile kennen und eventuell auch dann bei Ihrer privaten persönlichen Entscheidung für die Rente berücksichtigen können. Mit früheren Rentenbeginn meine ich ein Beginn der Altersrente vor Verendung der Regelaltersgrenze. Oft ist der frühere Rentenbeginn mit einem Abschlag verbunden. Die Rente wird wegen dem Vorzug der längeren Laufzeit durch einen Abschlag gekürzt. Dieser Abschlag kann zum Teil erheblich sein, also er kann richtig wehtun. Eine frühere Altersrente oder auch Regelaltersrente kann meist niedriger sein als eine Rente wegen Erwerbsminderung. Dies ist seit 2019 mit der Verlängerung der Zurechnungszeit bei EM-Renten sehr oft der Fall. Deshalb sollte man sich vielleicht auch überlegen, wenn man krank ist und nicht bis zur Regelaltersgrenze arbeiten möchte, ob man nicht vielleicht besser eine EM-Rente beantragt statt oder für eine Altersrente. Oft müssen Menschen die Frührente in Anspruch nehmen, weil Arbeitslosengeld niedriger ist, als die Rente oder die Betroffenen durch das Jobcenter in die Rente gezwungen werden. Also da beim Hartz IV gibt es einen Rentenzwang, sollte man auch aufpassen, ist ein Nachteil bei der Altersrente mit 63. Krankheit kann ein Grund für einen früheren Rentenbeginn sein, der sich dann auch auf die Höhe der Altersrente auswirken kann, also meistens immer negativ auswirken kann. Ein Wechsel in eine bessere Altersrente ist bei bindender Bewilligung der Rente mit 63 nicht mehr möglich. So kann man sagen, einmal Abschlag, immer Abschlag in der Rente. Auch wenn Sie eine abschlagsfreie Altersrente wegen Schwerbehinderung oder besonders langjährig Versicherte erhalten, sind diese Renten dann im Zahlbetrag immer noch niedriger als die Regelaltersrente. Denn wenn Sie nämlich weiter arbeiten würden, würden Sie auch mehr Rentenansprüche erarbeiten und deswegen fällt die Regelaltersrente meistens dann auch immer höher aus als die vorgezogenen Renten. Die Höhe der Abschläge in der Rente können je nach Geburtsjahr und Art der Altersrente bei vorgezogenen Beginn bis, also zwischen 10,8 und 14,4 Prozent variieren. Bei der Altersrente für besonders langjährig Versicherte, das wissen Sie auch, gibt es keinen Abschlag. Vorzeitige Renten können steuerpflichtig sein, daran ändert der Abschlag oft nichts. Wenn die Rente mit 63 beginnt, müssen Sie, so ist es oft der Fall, das Arbeitsverhältnis kündigen. Es gibt im Normalfall keinen Automatismus, dass mit dem Beginn der Altersrente mit 63 auch automatisch das Arbeitsverhältnis beendet ist. Das ist auch immer ein Nachteil, den wir sehr häufig beobachten, dass die Leute schlichtweg vergessen, das Arbeitsverhältnis zu beenden mit Kündigung. Die sofortige Rentenleistung der Rente mit 63 ist für Sie natürlich ein Vorteil. Sie haben dann eine längere Rentenzahldauer über die längere Lebenszeit. Dies ist der Vorteil auch bei einer Rente mit einem Abschlag. Oft macht es sogar Sinn, die vorzeitige Rente in Anspruch zu nehmen und nicht auf einen günstigeren Abschlag zu warten. Dann wären die Rentenverluste einfach nicht mehr hinnehmbar. Darauf habe ich auch sehr, sehr häufig hingewiesen. Ein Vorteil ist, Sie haben einen günstigeren Steuerfreibetrag in der Rente. Wer also 2022 eine vorgezogene Altersrente in Anspruch nimmt, hat 18% Freibetrag. Im Jahr 2023 ist er schon etwas geringer. Sie haben die Möglichkeit vor Rentenbeginn die zu erwartenden Abschläge durch Zahlung an die Rentenkasse auszugleichen. Wer wegen Krankheit gezwungen ist, eine Altersrente in Anspruch zu nehmen, kann zumindest seine Rechte auf eine EM-Rente wahren, indem er vor dem Altersrentenantrag auch einen EM-Rentenantrag stellt. Damit sich die Chance bewahrt, die möglicherweise höhere EM-Rente zu erhalten, wenn diese wenigstens vor oder mit der Altersrente beginnt. Die Rente mit 63 bietet Ihnen die Möglichkeit, früher aus dem Erwerbsleben auszusteigen und den Ruhestand ohne Stress zu genießen. Das ist auch ein großer Vorteil. Sie können neben der Rente mit 63 noch weiter arbeiten, wenn Sie mögen, und so noch zusätzliche Entgeltpunkte erwirtschaften oder einen steuerfreien Minijob machen zum Beispiel. Sie können sogar durch die Wahl einer 99% Teilrente sich Ansprüche auf Krankengeld sichern, wenn Sie weiter neben der Rente arbeiten und einmal länger erkranken. Dann kann es so sein, dass die Rente nicht an das Krankengeld angerechnet wird. Das ist auch eine sehr günstige Folge dessen. Sie sehen selbst, es gibt sicher noch den ein oder anderen Grund, der sich dafür oder gegen die Rente mit 63 spricht. Alles können wir natürlich hier in dem Video auch nicht benennen. Wir empfehlen vor Rentenbeginn. Planen Sie Ihre Rente, fangen Sie frühzeitig damit an und nicht erst sechs Monate vor Rentenbeginn. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.